So, wir befinden uns in Bocholt und heute ist der 2. Mai 94. So, das ist jetzt Musum und hier setzt die Lok um. Da ist auch noch reingekommen? Ja. 5 Marken insgesamt? Nee. Jetzt? 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 50. 3 Mark. Ey, guck mal! Ich bin selber gar nicht mehr reingekommen. Guck mal, mir passt noch mal rein. Nee. Ey, du auch lieber. Gibst du mir noch eine Cola? Ja, schön. Hast du denn den? Du brauchst es auch. Ja. Du bist so gut von hier, oh Junge. Du hast ihn nicht gesagt. Ja. So, da ist das Glas, das wir eben umgesetzt haben. So, da ist das Glas, das wir eben umgesetzt haben. Jetzt? Na! Ja. Ja. Na! Na! Ja, 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 ja. Onnigsth exposed have been. Ja, 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 ja. Ja, ja. Na! Ja, 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 ja. So, am Streckenende beim Klärwerk in der Nähe von Mosum ist dieses alte Gefährt abgestellt. Und man sagte mir, das Gleis führt noch weiter bis zum Klärwerk und hier jetzt nochmal der Zug mit Lok in Richtung Bocholt. Das ist jetzt wieder 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 Bocholt. Untertitelung des ZDF, 2020